Hallo, herzlich willkommen ohne Kopf und ohne Innereien. Das bin ich, ich bin am Feuerwehrmannschrein. Und wir gehen den gleichen Weg nochmal in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, alles zurück. Ja, ruhig. Zum einen, weil ich noch ein bisschen Punkte sammeln will. Okay, vielleicht muss ich die einfach früher angehen. Vielleicht muss ich die einfach wirklich früher angehen. Okay. Und zum anderen, genau, habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht alles entdeckt. Den hier vorne haben wir zum Beispiel noch nicht gemacht, den machen wir auch mal eben. Oder auch nicht. Vielleicht macht der uns auch. Nein, du hast keine Chance, Digi, du hast einfach keine Chance. Was ist das hier? Zugriff. Da haben wir schon 1000 Schu... irgendwas. Gestohne Klamottenkapuze. Klamottentonika. Versuch's mit Erinnerung. Nur ein unauffälliges... was? Nur ein unauffälliges Haus ohne Signifikanz. Ah ja, alles klar. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Hier blinkt einiges. Reduziert die Aggressionsreichweite. Ah ja, da kommt man näher an die ran, ne? Uuuh... Uuuuh... Uiuiui... Uiuiui... Und eine ganze Menge. Aber hier blinkt nichts. Oder hier vibriert zumindest nichts. Okay, warte mal. Dann Ausrüstung. Nee, warte mal, das ist hier. Die geschohlen Klamotten hast du nicht gesehen. Wir sind jetzt bei 7. Gewicht, das ist das, was wir tragen, 6,8, wir könnten jetzt auf das hier umgehen, ja komm, wir nehmen das mal, das ist halt mein M42-Gewicht, alles klar. Dafür können wir jetzt den Kopf noch dazu nehmen und sind noch schneller in der Summe. Okay, hier haben wir nichts Neues dazu bekommen, aber hier bei den Dingen haben wir Neues dazu bekommen. Also, wir haben hier was? 174,57,3 und hier haben wir, oh, das würde ich doch sagen, nehmen wir das hier, oder? Nehmen wir mal den Spaten in die Hand. Gehen wir nochmal ganz kurz hier bei der Ausrüstung gucken, da haben wir nichts weiter. Ruti, das steht hier, wow, sieh nur, Riese, ja, den haben wir ja schon erledigt. Also, hier sind wir durchmarschiert. Wir kamen von hier, nicht verirren lassen jetzt hier. Legende der Unabhängigkeit, okay. Was ist das? Wird verbraucht für Waffenverbesserung, okay. Ah, kann man beim Schmied nochmal was machen? Ah ja, schau, das ist hier der, da müssen wir hin. Ich glaube, das ist das Big Boss, den wir in dieser Folge legen müssen. Und das hier wäre quasi der Weg dorthin. Richtig. I don't know. Wow. Glückspock. Ach, guck mal hier, das ist der. Ach, guck mal hier. Wird anderswo entsperrt. Ne, doch nicht. Schade. What the heck. Kann ich bitte so eine Schaufel haben? Fürs Real Life, meine ich. Habe ich irgendeinen Statuseffekt jetzt? Ah, jetzt ist es auch schon wieder weg, der Status ist weg. Komm mal rüber hier. Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, es macht Sinn pro, äh, proaktiv auf diese Hunde typisch zuzugehen. Weil das, alles andere scheint sich nicht so richtig zu lohnen. Komm, ich ziehe dir mal die Schaufel durchs Gesicht. Das ist schon cool. Oh no. War ich hier schon? Ich komme hier gleich mal rein. Das ist das hier. Halte durch voraus und denke an, was? Oh, hallo. Jetzt ich. Oh, schade. Okay, manchmal macht er, äh, One Hit. Und manchmal aber auch nicht. Okay. Ui, 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 items? Die Tür öffnen nicht, ich will, ja genau, Erinnerung eines unbelebten Objekts. Denk an, du schaffst das. Was ist das, ist das ein Troll oder ist das gewollt? Gewollt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt ist. So Digi, hast du gerade Sachen geworfen? So, das lässt sich jetzt mal schön, ne? Wir müssen ja doch immer den Schmied finden, ne? Okay, gut, 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 gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tür öffnen ging nicht, ne? So war das doch. Wo ist das denn in der Tür? Ja, da ist, da ist irgendwas, da kann man... Lass uns nochmal gucken. Wenn man da hochkommt... Wäre ich jetzt aber auch ne Schnau. Wo ist das? Hallo. Hallo. Hallo! 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 Sie sieht so heróiisch! Aren't these walls the most wally walls you've ever seen? Um... I think I'll stay in this corner. It really is wonderful to exist. Do you have a quest? Whoa! One day I might try to do something. Talking is fun! I don't think I like how that feels. Hello! I said hello! That was amazing! Golly! Aren't these... I think... Do you have... One day... Talking is... Hello! Okay, ich könnte den jetzt erledigen, aber irgendwie auch nicht, ne? Anlassen wir ihn mal. Ein Gegner. Na, ich weiß nicht. Wir lassen ihn mal. Man weiß ja nie, wann man ihn mal braucht, den Gegner. Okay, da kommen wir nicht weiter. Und hier hatten wir, glaube ich, auch alles erkundet. Ein bisschen wie so eine Toilettentüre. Ja, hm... Okay, jetzt haben wir natürlich wieder... Gleiches Problem. Wir haben einfach wieder zu viele Seelen. Und ich bin da einfach auch ein Sparfuchs, ne? Muss man einfach auch so sagen. Weil ich finde, man kann da locker... Stärke und Geschick. Vielleicht können wir beides... Ne, können wir nicht beides erhöhen. Ja, komm, machen wir. Machen wir so. Machen wir so. So, können wir natürlich jetzt hier hochgehen. Die sind jetzt alle voll. Wir lassen den mal außen vor. Ach, shit. Aua. So. Kritischer Treffer. Alles gut. Jetzt haben wir natürlich wieder genug Punkte. Seufz. Da müssen wir hin. Wie kommen wir denn da schnellstmöglich hin? Wie ging denn das nochmal? Das war's nicht. Das müsste dann hier... Hier lang? Ah, hier durch die Kirche, oder? Was ist das denn? Wie kommt man denn da hin? Wie kommt man einem jetzt nach, oder? Okay. Kommt halt her. Nein! 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 Okay. 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 Ich gebe es zu. Ich habe mich vielleicht verlaufen. Was ist hier der Weg? Ah ja. Das war hier der Weg. Oh, nee. Warte mal. Nee, auch nicht. Okay, ich habe mich verlaufen. Ich gebe es ja zu. Okay. Wir kamen doch von hier, oder nicht? Also wenn der Shortcut ist ja eigentlich dafür da, eben Abkürzungen zu finden, um schneller zum Boss zu kommen. Wenn das jetzt hier der... Wo kommst du denn her? Oh, ist das da der... Ist das da der Boss-Weg? Will ich das jetzt rausfinden mit 2500 Seelen? Hm, ich weiß es nicht. Oh, proaktiv mal auf die Leute zugehen, ne? So macht man sich Freunde. Ja, das ist irgendwie... Das ist jetzt schon ein ganz schön langer Weg, ne? Vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen... Ah, nein. A hero will come! A hero will come! Leave my door! A hero will come! Was that? Slaughter? I heard. Oh. How my beloved's used to slaughter so. Oh no. Who is there? Bist du ein Held? Das ist ein Schmied. Ich finde es schon cool gemacht, dass da wirklich diese Soundeffekte quasi von Dark Souls auch oder die Art zu sprechen eben von Dark Souls auch mitgenommen wurde. Oh, hier ist eine Brauerei. Oh, hallo. Sorry. Oh, einsammeln. Man weiß ja nicht, wenn man es mal braucht. Hallo. So, manch war es vergotten. Gottenrotten. Verschlossen. Schade. Oh Gott. Alter, Alter. Okay. Da kommen noch ein paar. Manchmal habe ich ja Glück und dann mache ich ja richtig krasse Crits. Manchmal auch nicht. Truhe öffnen. Einsammeln. Gezinkter Würfel. Der hat noch Fragmente fallen lassen. Ne, wir haben eine winzige Pappschachtel. So, dann gucken wir doch mal eben. Das hier scheint ein Shortcut zu sein. Oder auch nicht. Ja, Freunde der Nacht, wie gefällt es euch denn bisher? Sagt doch mal was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das scheint einfach nur ein Dead End zu sein. Damit kann ich leben. Okay. Glück, Spock. Aha, hallo. Legende der Unabhängigkeit. Ne, da gehen wir nachher mal hin. Es fehlt Stabilität. Also das mit der Stabilität ist noch ein Ding. Das ist so ein bisschen für mich eine Herausforderung, dass ich mir alles das merke, wo die ganzen Dinge so zu finden sind. Bämst. Dann wurde ab. Ich bräuchte einen wirklich, oh. Einen Shortcut. Okay, nice. Okay. Winzige Pappschachtel. Ein Gegner voraus. Ja, okay. Ist das ein Gegner? Nein, das ist kein Gegner, weil wir können interagieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollen wir den verletzen? Und wir gehen jetzt mal weiter. Schaffen. So, dann, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und, oh, Items. Ich sammle einfach alle Items ein. Oh, komm. Vergessene Rittersachen. Das können wir uns auch mal angucken, ob das besser ist. Oh, wait. Das hier ist ein Shortcut für irgendwas. Genau. Bämst. Bämst. Okay. Die Witze werden schlechter. What the fuck. Also. Meine Nase juckt. Danke. Okay, 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 okay. Also wir haben ziemlich viel jetzt eingesammelt. Wir haben alle Türen aufgemacht. Ich habe mich mega verlaufen. Ich würde sagen, genau so muss das sein. Ui, ui, ui. Usha. Usha. Gehen wir mal runter. Wenn der hochkommt, gehen wir mal runter. Oh, hallo. Oh, da kommt der wieder. Es wirkt so, als seht ihr barfuß. Das ist natürlich bitter für euch. Kaliber der Erinnerung. Oh, nice. Könnt ihr natürlich mal gucken, ob wir jetzt den hier ausrüsten können. Oh, was haben wir denn hier? Er bebt sogar. Ich muss mich erinnern. Nein, 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 nein. Geschick und Quälder. Nein, wir bleiben bei dem. Gehen aber ins Inventar. Da bebt einer. Die Erinnerung ausgeben, damit sich das Objekt erinnert. Ja. Erinnere dich. Bäm. Wirbelstreich. Bäm. Ja, es hat schön, aber dennoch nutzlos. Also, wir haben jetzt einfach unfassbar viel gesehen und uns schon auch unfassbar viel bewegt. Wo haben wir alles? Ich denke fast nein. Wir machen trotzdem Schluss jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Falls ihr noch wisst, wo der Weg lang geht, dann schreibt doch bitte Google Maps in die Kommentare. Aber das Keyword ist Google Maps. Wir kamen von hier. Die Frage ist, ob wir den Typ hier legen. Wir könnten es mal versuchen, oder? Wir könnten es mal versuchen, wenn ich da wieder runterfinde. Könnten wir es mal versuchen. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssing.